Hallo und herzlich willkommen zurück zu Colat. Wir versuchen es direkt einmal weiter. In der Hoffnung, wir werden nicht direkt sterben. Wenn du lange läufst, wird dein Fiko schneller müde und du brauchst lange, um dich zu erholen. Aber ich habe Angst vor der Violette. Ach, Violette, Mann, Orangen und Wolke. Oh, Entschuldigung, falls es rauschen sollte. Das könnte daran liegen, dass ich am Stromkabel bin. Okay, nein. Ah! Junge, jetzt lauf! Hallo? Ah! Jetzt sind wir tot. Verdammt! Verdammt! Wir dürfen nicht erwischt werden. Ah! Ich auch nicht. Nein, nein, verdammt, das ist kein Weg. Noch mal, was so schön war. Problem ist mir auch weiter geradeaus. Ich habe doch keine Ahnung, ich kenne das Spiel doch nicht. Ich habe euch noch direkt eine der schwersten Aufgaben ausgesucht, kann es sein? Ich habe euch noch nicht mehr gesehen. Lass mich in Ruhe. Ja, das ist richtig. Drücke E. Wo sind wir? Da sind wir. Ja, danke schön. Danke. Aber das war es noch nicht, oder? Was jetzt? Haben wir. Gut. Ja! Jetzt können wir ja zu 1483 gehen. Dann müssen wir auf die andere Seite des Berges. Da ungefähr. Dann haben wir oben komplett abgeschlossen. Ja, dann geht's nur noch runter. Das Zelt ist da. Also die Zelte sind immer meine Rettung. Gut zu wissen. Nee, das ist nicht richtig. Dann müssen wir doch um den Berg drumherum. Komplett. Das sieht so verdächtig nach Weg aus. Entschuldigung. Entschuldigung. Was ist das? Kommen wir da irgendwie hoch? Nö, anscheinend nicht. Dann verschwinden wir schnell wieder. Aus hier. Aus hier. Aus hier. Oh, Wölfe! Warum? Super, wo war sie? Ja, und wir sind jetzt im Wolfsgebiet. Ich hab's geschafft. Im Wolfsgebiet? Ja. Ich hab's geschafft. Ich höre auf jeden Fall ständig Wölfe heulen. Ich kann kein Deutsch mehr. Aber eigentlich greifen Wölfe nicht einfach so an. Eigentlich ja. Damit sie sich schon echt hungrig sein können. Oder du verletzt oder irgendwelche Anstrengungen haben. Dann greifen. Das wird jedes Mal in jedem Spiel falsch dargestellt. Ja. Bin ich denn jetzt eigentlich? Ich hab noch keinen Weg gefunden. Ich hab's gesagt, ihr wart zum Entsetzen in der Savanne. 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 Wir sind total in der Savanne. Nee, Savanne. Das werde ich nicht überleben. Nein, das überlebt es doch nicht. Geht's da runter? Ja, ich muss nur hier rum. Aber wenn hier Wölfe kommen, dann... Ah, ein Totem! Ja. Ja. Anscheinend bin ich richtig. Ja. Wirklich. Das sind Wurzeln. Das sind Wurzeln. Alles gut, das sind Wurzeln. Das weiß ich jetzt auch was tun. Man weiß ja nie. Ja, Mann haben wir zwar Keister auf desse Halbkexte... Äh, gehäxte? Nein, die großen... ...ne Natur könnten wir zwar auch... Déjà-vu, hier war ich schon mal. Ja, das ist doch noch nicht die Aufnahmen gesehen. Ich muss gleich noch dringend hochladen. Die Naturgeistern können wir zwar auch, aber ich kenne keinen Naturgeister eher mit. Das sind die zwei. Ach, Spaß, ich meine. Das sind die zwei im Wald. Ähm, da hinten leuchtet es wieder so. Ich weiß, aber ich folge denen. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Jetzt erscheinen wir wieder öfters. Wir sind die Gosintas. Ich weiß es nicht. Ich habe eine schlimme Befürchtung. Guck mal, so lange habe ich es nicht mehr geblieben. Ach du Schei... AAAAAAAA! Ich sag ja, wie viele, wenn die groß sind, dann... Warum lenkst du mich da doch einfach ab? Sonst nur einmal gucken. Mach das nur, das wird hier zu hören sein. Okay, doch nicht so. Der hat um den Hinweisung genommen, das wird auf der Karte markiert. Wissen wir. Wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin zurück am Zelt. Warte, dann gucken wir mal, ob ihr einen anderen Ort findet. Ja genau, Wärters original. Nein, Härters. Härters. Ah, ah. Wir gucken mal, 43... Ah, da muss ich ganz weit hier nach außen. Sollen wir das mal wagen? Hier müssen wir hin. Ja, warum nicht? Ja, du warst ja fast richtig. Hier ist der Wald, wo du gerade durchgegangen bist. Das könnte gut sein, sonst ist doch kein Wald. Das stimmt. Nee, das muss der sein. Das ist wahr. Oder wir gehen hier, aber... Da sind wir bisher noch nirgendwo angekommen. Das muss der Wald sein, durch den du gerade gerannt bist. Mhm. Jetzt, Erika. Ja, das ist original. Weil diese Wendigos sind ätzend. Korra? Schokolade. Achso. Schokolade. Ich dachte Korra. Weißt du noch, was es hieß? Korra? Mhm. Weißt du es noch? Korra. Ich weiß. Hallo. Spiegel? Korra? Ich bin jetzt bei Korra. Ja, ich weiß, aber ich hab's nicht in Korra. Ich bin mit Japanisch. Das kann ich leider nicht. Ich geh jetzt mal einen anderen Weg. Ich geh jetzt mal hier entlang. Mal gucken, was da rauskommt. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Es fehlt aber in Korra. Es hat gespeichert, deswegen ist das mir egal. Ich ist ja... Ähm... Was ist das falsch? Ja, ich hab einen Korra falsch. Ich hab mich ja überhaupt egal. Alles gut. Ich weiß, ich hab's fast alles gut. Ja, du bist die ganze Zeit zu hören. Ich bin gewappt, ich bin bei den Kies. Boah, lass mich in Ruhe. Boah, lass mich in Ruhe. Weißt du den Weg noch da runden? Nein, ich mach jetzt einfach mal einen anderen Weg. Ach so. Wo auch immer ich landen werde. Ach so, du lachst einfach klettert ein. Ja. Und du schalt runter zu gehen. Da ist ein Fluss. Die Musik hat sich auf jeden Fall geändert. Du musst eigentlich nur wissen, an den Seen oder... Das ist ne Lichtung. Lichtungen, wo du... Ich glaub, ich weiß nicht. Ich bin aber richtig, ist... Wolfsgeheil ist ja da. Eigentlich kannst du dich in die Sicht ganz leicht orientieren. Das ist nicht schaffbar. Du musst wahrscheinlich runter weiter. Und nicht rauf. Ja, runter war ja zum Wald. Wo du dann da ja hin musst. Hinterm Wald war ja. Aber du darfst nicht durch den Wald gehen. Anscheinend ja nein. Aber es ist sowieso ein... Aber es ist sowieso ein... Ja. Aber es ist sowieso ein... Ja. Warum gehen die durch den Wald und du darfst nicht? Aber ich... Aber du darfst ja mitten durch die Bäume. Ja. Aber du schwebst grad. Nein, das ist schon die ganze Zeit so. Aber ich bin falsch. Das ist der falsche Wald. Ach. Ja, das ist ein anderer Wald. Weil sonst ist dann nirgendwo Wald. Nein, nein, das muss ja von ihm gewesen sein. Das ist jetzt grad irgendwo in einer Bucht. Ja. Wo ein kleiner Fluss oder so ist. Das ist kein Fluss. Wie fast falsch aufkam. Ob du schweben würdest, weil du halt so groß wie die Bäume bist. Ich weiß. Kam von da. Okay, jetzt mal da lang. Ja, du musst zum, äh, zum nächsten Vollmond. Mhm. Dann geh. Ich wende sowieso gleich die Folge und dann hab ich's auch gegessen. Bitte? Ja. Meinen wir? Ja. 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 Okay, es kommt jetzt näher. Das ist Toten von eben. Wir werden zu sterben. goodminton ja. 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 Dann. Vielen Dank. Ah, scheiße. Ah, oh. Okay. Es wurde nix. Dann wenden wir eben einmal die Folge. Sie kommen nämlich auch aus dem Boden, habe ich jetzt rausgefunden. Dann wenden wir jetzt eben einmal die Folge. Hat mich sehr gefreut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.